Ich kann zärtlicher klopfen. Was ist die Age? Die Age sind Digital Humanities oder digitale Geisteswissenschaften, also Forschung im Bereich der Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften an digitalen Quellen mit digitalen Mitteln und Methoden und mit frei nachnutzbaren digitalen Ergebnissen. Was ist die Age? Das ist der Ort, an dem Technologie auf traditionelle Forschung trifft. Was ist die Age? Die digitalen Geisteswissenschaften sind ein breites Feld. Es geht vom Historiker, der versucht, seine Quellen möglichst effizient zu organisieren bis hin zur Informatikerin, die Algorithmen entwickelt, die dann wieder dabei helfen, geisteswissenschaftliche Fragestellungen auf neues Datenmaterial anzuwenden. Was ist die Age? Digital Humanities ist eine Anwendung, ist ein Prozess, ist eine Perspektive. Was ist die Age? Die Digital Humanities sind eine Möglichkeit für GeisteswissenschaftlerInnen, sich, während sie in ihrer Herkunftsdisziplin arbeiten, einen Lebensunterhalt zu verdienen. Was ist die Age? Die Age eröffnet neue Möglichkeiten für die Geisteswissenschaften und macht sie so fit für die Zukunft. Was ist die Age? Nicht nur Disziplin, Methoden und Forschungsinteressen, sondern vor allem die offene Community. Was ist die Age? Digital Humanities ist, was immer wir daraus machen.